Und vollgereckt, zurück und weiter. Ja. Hm, wo ist Hoggar? Hm, nö, das ist ein Bär. Ähm, da ist er auch nicht. So, da ist er! Da ist er! Ich hab dich gefunden und ich hab dich übersehen hier. Das muss nicht wirken. So, wir brauchen noch drei Binden und Hoggar. Hoggar. Aber ich mach hier erstmal ein bisschen frei. Weil das kann... Also ich will ein bisschen rumlaufen können, wenn ich den angehe. Der Outro kommt rein und ich bin nur Stoffträger. So, wir trinken nochmal Mana voll und dann... Ja, komm, das geht schon. Und er ist schnell. Er ist verdammt nochmal schnell. Oh, oh. Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Und... Ja, der macht gut Damage, ich sag's ja. Oh, und er haut mich um. Das ist echt ein ätzender... Ätzender... Penner. Und er zerreißt sogar meine Rüstung. Äh, komm schon. Ja, aber das... Das passt, das passt. Und da geht er down. Da geht er down. Und wir haben einen Umhang bekommen. Ja. Sieht eher aus wie ein... Hm. Kann ich noch nicht wirken. Ach. Immer diese 10 HP. Das ist so nervtütend. Dieser Zauber ist nicht bereit. Zähes Fleisch. Na, danke. Ich brauche ein Ziel. So, was brauchen wir noch? Ähm... Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Was ist denn bitte jetzt los? Äh... Ach, damn. Heute ist Mittwoch. Oh nein. Wie kann ich denn Mittwochnacht eine Aufnahme beginnen? Oh nein. Ja gut. Äh, das tut mir natürlich jetzt leid. Die Server sind down. Was soll ich machen? Ähm, ich cutte hier mal. Und, äh, vielleicht geht's ja gleich weiter. Mal schauen. Ja, wir sind zurück. Die Server waren doch noch nicht so ganz down. Nur ein bisschen. Wie des öfteren Mal. Ähm, da ist Focker schon wieder. Nee, dich will ich nicht nochmal. Und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich Gnollbinden. Die letzten zwei. Und wie das so typisch ist, droppen die letzten Items für die Quest mal wieder. Oh, nicht, wollte ich sagen. Und jetzt haben wir Hogger am Arsch. Das ist natürlich mies gelaufen. Äh. Ähm. Oh. Äh, geh ich den an? Na gut, warum nicht? Horn mich nochmal um. Kann ja nicht schaden. Theoretisch. Ja, gut. Das sollte, das sollte gehen. Oh, gut. Ja, schon. Oh. 14 HP und, ach nein, er nockt mich um und, ja, jetzt gibt ihm, gibt ihm. Knapper als erhofft, aber hey. So, weiter. Ähm. Ja. Irgendwie da sind noch welche. Doch, da sind noch welche. Und wir nehmen mal, äh, vier auf einmal. Nehme ich das? Ja, gut. Wieso denn auch nicht? Kann ja nur tödlich sein. Äh. Nein. Nein. Dich mal mit zum Schaf. Und dich mal mit down. Und dann kommst du dran. Und das passt. Der kommt in zwei Sekunden raus. Denkst du? Hm. Und jetzt ist der auch tot. Und das sollten jetzt eigentlich die letzten zwei Binden sein hier. Äh, es, na, ich wollte schon sagen, es war klar, aber es ist doch getroppt. Äh, okay. Wir gehen jetzt noch Quests abgeben. Und ich hoffe dann mal, dass ich eins bis zwei Level-Ups hab. So, ähm, nee, nach dahinten geh ich nicht nochmal. Äh, wir gehen, ja, passt schon. Ach, mach dich ab, du elend-nerviges Mistvieh. Mein Gott. Ähm. Da sind zwei Quests zum Abgeben. Okay, jo. Okay. Wieso ist hier eigentlich keine Musik im Hintergrund? Musikschleife, bitteschön. Ah, es ist doch schon viel entspannender. Was kann ich für euch tun? Ähm, 900 EP. Nicht schlecht. Seid vorsichtig. Äh, nein, das war die falsche Taste. Die Flucht. Wie viel EP kriegen wir da? 960. Auch in Ordnung. Ach, mach dich ab. Ähm, dann haben wir noch Kopf gehillt. Und, ja, schauen wir mal. Das gibt 200 EP, das gibt 1050 EP. Das könnte, ja, zwei Level-Ups werden es nicht. Aber zumindest das erste. Und wir cutten hier kurz nochmal wegen der Videolänge.